Haben wir hier satter Hugo. Bin ich Mute? Trimax Speedrun Rekord Ja Oh Leute Trimax hier Wir zocken Among Us Und der Stroh wir versuchen in die Gaming Trends zu kommen Viel Spaß mit der Folge Ich sag dir das ganz ehrlich und das Ah geil Digga geil Twitch Memes Habe ich auch Tommy schon oft gesagt Tommy ist wie mein Bruder den ich nie hatte Leider wohnt er sehr weit weg Aber Tommy ist wie mein Bruder Aber es wird es auch immer sein Freut mich Digga ich hoffe bei dir ist alles wieder gut Ja Cool Tommy dass du dem ja auch Zustimmst und mir auch liebe Worte Übersteckst. Kuss, danke dir Digga Kuss Digga Ok warte lass mich jetzt überlegen Ich wusste es kurz Oh 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 Wie heißt es denn Sonnen ist unten Strich Ach Digga Unterstrich das hatten wir doch schon Komm Ich finde du bist ultra sass Weißt du warum? Warum? Weil du tot bist Mafia Boss auf Wish Mafia Boss auf Wish Mafia Boss auf Wish Da ist es das Elfmeter Meinen das Youtube und ich So wie Spast Oh mein Gott so dumm Spast So blöd kann keiner sein So blöd kann keiner sein Auf der richtigen Auf der richtigen Straßenseite gefahren oder nicht? Ach Antonia scheiß nochmal drauf Wirklich scheiß drauf Antonia ganz ehrlich also Atmen Unge liegt aber auf keinen Fall bei Navigation Das würde ich natürlich auch sagen Oh So dumm muss man wirklich nicht sein oder? Seien die Leiche die ihr nicht gefunden habt Was? Martial De Ericsson Sony Ericsson oder? Rudin Leicester City Leicester Fardy Er ist Alex Telles Paris Das ist doch schon wieder Vanas Das war nicht Messi das war Antonia Maria Banderas Oschiman Adamare Truauere Wischeldinium Oh Bortspieler Langblatt Oh De Bembele Der muss ja Leute verkaufen Sergio Reborico Liverpool Oh den kenn ich Ehhh Alexanderson Wir uns C9 C9 Er Er ist R9 Ey Realtor das ist wieder so eine richtige Poppeplatte Viewer Aktion Heilige Scheiße Dude Hallo Mein Sohn Elia hat ihnen ein Päckchen geschickt In dem sich ein Klassenbuch seiner Schule befand Er befand Das war sehr unüberlegt Da er nicht Ärger mit Lehrern bekommt Sogar die Polizei wurde ihm angedroht Wird es möglich dass sie uns das Klassenbuch zurückgeben? Im Mädchen du hast meine dumme Das ist meine dumme Community Junge Du fucking Idiot Gerne möchte ich natürlich für die Unkosten aufkommen Ich hoffe wir lesen diese Mail und antworten mir Da mein Sohn sehr verzweifelt ist Bro Digger Junge 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 Wild 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 Wild